11 versteckte Vorteile von E-Mail-Marketing, die du möglicherweise noch nie gehört hast. Mein Name ist René Joppe, ich bin Experte für das Thema E-Mail-Marketing und zusammen mit meinem Team versenden wir im Jahr über 10 Millionen E-Mails. Und heute möchte ich dir einmal 11 versteckte Vorteile von E-Mail-Marketing verraten, die ganz viele so nicht auf dem Schirm haben. Starten wir direkt durch mit dem Vorteil Nummer 1. Der erste Vorteil, den du beim E-Mail-Marketing hast, sind die Touchpoints. Umso mehr Touchpoints du hast, umso besser wird die Beziehung zu deinen Interessenten und zu deinen Kunden. Außerdem generierst du durch mehr Touchpoints auch mehr Impulskäufe. Dich würde es vielleicht wundern, wie oft wir diesen Fall haben, dass Kunden eine E-Mail versenden und nach der ersten E-Mail, die eigentlich noch gar nichts Besonderes war, sofort Anfragen damit generieren. Einfach, weil sie mal wieder von sich hören lassen. Unterschätze also den Punkt nicht, Touchpoints, umso mehr davon, umso besser ist es für dein Business. Punkt Nummer 2 ist das Lead-Nurturing. Das Lead-Nurturing bedeutet, dass wir deine Interessenten kontinuierlich qualifizieren und weiterentwickeln. Und durch den Content, den du versendest, kannst du wunderbar Signale für dein CRM-System generieren. Häufig ist es so, dass in einem CRM-System ganz viele Leads drinstehen und die Verkäufer rufen den ganzen Tag irgendwelche Menschen an. Durch E-Mail-Marketing kannst du diese Listen klassifizieren und wirklich dafür sorgen, dass die heißen Leads zuerst angerufen werden. Ein wahnsinniger Effekt, den man auf den ersten Blick im E-Mail-Marketing gar nicht so sieht. Punkt Nummer 3 ist der Content. Der Content, den du mit deinen E-Mails generierst, der ist für immer da. Und dieser Content könnte beispielsweise auch die Basis für ein Buch sein, was du irgendwann mal schreibst. Wenn du also jedes Mal gute Content-E-Mails schreibst und die verbleiben in deinem System, kannst du diese E-Mails nutzen und daraus später einen Ratgeber veröffentlichen, ein Fachbuch, ein Sachbuch und, und, und. Es ist Content, den du peu à peu erzeugst und du wirst dich wundern, wie viel Content denn nach einem oder zwei Jahren konsequenten E-Mail-Marketing eigentlich zustande kommt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du generierst mit deinem E-Mail-Marketing Traffic. Und dieser Traffic, der auf die Webseite geht, ist unter anderem SEO relevant, also relevant für deine Suchmaschinenplatzierung. Aber du kannst natürlich den Traffic auch überall hin generieren. Du kannst beispielsweise deine TikTok-Videos durch dein E-Mail-Marketing befeuern oder deinen YouTube-Kanal oder deinen LinkedIn-Kanal. Du kannst also dafür sorgen, dass du Traffic ganz gezielt auf einen Punkt schiebst, der für dich gerade höchste Relevanz hat. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du lernst über E-Mail-Marketing sehr viel über deine Zielgruppe. Du kannst beispielsweise in deinem Newsletter mit Split-Tests arbeiten. Das heißt, du versendest mehrere Varianten, ein und derselben E-Mail an deinen Verteiler. Und dann schaust du, welche dieser Varianten performt am besten. Dadurch siehst du, was deine Zielgruppe gerade am meisten interessiert. Das geht sowohl über die Betreffzeilen als auch über den Inhalt der E-Mail selbst. Und so lernst du viel mehr von deiner Zielgruppe. Auch die Antworten, die deine Zielgruppe dir auf diese E-Mails gibt, sind wahnsinnig wichtig. Genauso wie die Austragungsfeedbacks. Nutze diese Rückmeldung, um einfach mehr zu lernen, wie deine Zielgruppe kommuniziert. Punkt Nummer 6. Recruiting. Du kannst über E-Mail-Marketing auch dein Recruiting unterstützen. Schreibe doch einmal eine Newsletter an deine Kunden und sage, wen du gerade als Fachkraft suchst. Du wirst erstaunt sein. Denn immer wieder bekommst du Antworten über deinen Verteiler von Menschen, die sich bei deinem Unternehmen bewerben wollen. Unterschätze also auch nicht die Möglichkeit, deine Newsletter als verlängerten Recruiting-Arm zu benutzen. Punkt Nummer 7. Zusätzliche Affiliate-Einnahmen. Du kannst über E-Mail-Marketing wunderbar Zusatzgeschäft aufbauen. Und das in so ziemlich jeder Branche. Du könntest beispielsweise, wenn du ein Event veranstaltest, ein Hotel empfehlen und das wiederum als Affiliate-Link. Schon bekommst du für dein eigenes Event zusätzlich noch Affiliate-Einnahmen. E-Mail-Marketing eignet sich hervorragend dafür. Ein kleiner Hinweis an der Stelle. Achte bitte darauf, dass die AGBs von deinem E-Mail-Marketing-Tool das erlauben. Denn das tun tatsächlich nicht alle. Wenn du mehr dazu wissen willst, schau dir gerne das Video an, wo ich erkläre, welches E-Mail-Marketing-Tool du benutzen solltest und was eigentlich die wichtigsten Faktoren für ein gutes E-Mail-Marketing-Tool sind. Punkt Nummer 8. E-Mail-Marketing fördert deinen Expertenstatus. Über E-Mail-Marketing bekommst du deutlich mehr Vertrauen. Du bekommst Anfragen für Podcasts, für Interviews, für Speakings. E-Mail-Marketing sorgt einfach dafür, dass du immer besser wahrgenommen wirst und kontinuierlich bei deiner Zielgruppe im Blickfeld bleibst. Punkt Nummer 9. Anzeigenschaltung. Du kannst dein E-Mail-Marketing in Kombination mit Meta-Ads oder mit Google-Ads benutzen. Beispielsweise kannst du dein E-Mail-Marketing nutzen und die geklickten Links in deinen E-Mails für Lookalike-Listen bei Meta, also bei Facebook und Instagram benutzen. Du kannst genauso ein Retargeting daraus machen, wenn jemand auf deiner Webseite war, über E-Mail-Traffic und den auf anderen Kanälen im Prinzip nachverfolgen. Das sorgt dafür, dass dein E-Mail-Marketing ein Katalysator wird für deine Anzeigen und deine Anzeigen dadurch deutlich präziser werden. Ein Effekt, der umso größer die Liste, umso spannender für deine Ads eigentlich wird. Punkt Nummer 10. Du kannst mit E-Mail-Marketing deine Umsatzschwankungen ausgleichen oder reduzieren. Wenn du beispielsweise ein Unternehmen hast und du hast immer wieder mit dem Sommerloch zu kämpfen oder im Winter hast du mit sinkenden Umsatzzahlen zu tun oder du hast bestimmte Termine, die du einhalten musst, wie ein Steuerberater, der einmal im Jahr den Steuerabschluss macht, dann kannst du durch E-Mail-Marketing das Ganze in deiner Liste vorbereiten. Als Steuerberater kannst du beispielsweise deine Mandanten rechtzeitig daran erinnern, die Daten und die Unterlagen einzureichen und so diesen extremen Peak ein bisschen ausgleichen. Wenn du ein Reifenhändler bist, kannst du die Menschen vor dem ersten Schnee daran erinnern, die Reifen zu wechseln oder vor dem ersten Mal 25 Grad daran erinnern, rechtzeitig die Sommerreifen aufzuziehen. So kannst du Umsatzschwankungen einfach ausgleichen und für dich das Ganze angenehmer gestalten und deine Auftragslage ein bisschen glätten. Last but not least, der elfte Vorteil durch E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing steigert deinen Wert, um genau zu sein, deinen Unternehmenswert und zwar deinen Unternehmenswert beim Verkauf. Wenn du dein Unternehmen irgendwann mal verkaufen möchtest und du hast eine große Liste von Menschen, die sich bei dir eingetragen haben, dann steigert das nachweislich deinen Unternehmenswert und sorgst dafür, dass du dein Unternehmen deutlich profitabler verkaufen kannst. Es macht also alleine schon aus diesem Gesichtspunkt Sinn, alle Kunden und alle Interessenten in einer Datenbank zu speichern und dafür zu sorgen, dass du sie jederzeit anschreiben darfst. Umso größer die Datenbank, umso wertvoller dein Unternehmen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du hast dir jetzt schon ein paar richtig gute Learnings mitgenommen. Lass mir gerne ein Abo da, ein Gefällt mir und schreib einmal in die Kommentare, welcher Tipp hat dir am besten gefallen und welchen habe ich möglicherweise auch vergessen. Ich freue mich auf deine Kommentare.